Nee, da ist okay, da ist okay, da ist okay. Habe ich das Öl gekappt? Es kommt sehr wenig Öl, ja, dessen bin ich mir bewusst. Aber in den Kommentaren stand, dass ich irgendwie die... Wie heißt das Zeug? Petroleumgas. Dass ich das irgendwo gekappt haben soll, aus Versehen. Aber das sehe ich nicht. Okay. Okay, ähm, also ja, die bräuchten wir theoretisch auch nicht. Hier können wir woanders hin. Das Einzige, was wirklich hier sein muss, sind die roten Engines. Und die Batterien. Und Schwefel. Alles andere können wir woanders besser, einfacher, wie auch immer bauen. Ja, dafür müsste ich aber erstmal die ganzen Anlagen hinbauen. Und zwar woanders. Dann... Stromversorgung ist soweit okay, richtig. Äh, es geht. Es geht. Aber ich sollte wirklich da anfangen, wo ich anfangen wollte. Also, ich fange jetzt hier an. Überlege mir ein schönes Muster für meinen Zopf, den ich machen will. Mein Doppelzopf. Bauen wir mal tolle Tanks. Oder haben wir davon schon welche? Blinkt irgendwo was? Geh? Nein. Da. Also, das sind jetzt Dreier-Tanks. Das heißt, mit der Symmetrie haben wir da wieder so ein... Ne? Leichtes Problem. Ich setze die mal da hin. Bauen wir mehr davon. Ich setze mal einen davon da hin, einen davon da hin. Denn da drunter habe ich jetzt zwei Felder Platz gelassen. Auch wenn man sie nicht sieht. Da, zwei Felder. Damit von unten halt die 1400er Lava rein gepumpt werden kann sogar. Sogar mit einer Pumpe hier. Und unten ist dann das Zugangsfeld im anderen Rohr. Also haben wir auch da Platz für Pumpen. Das ist gut. Und dann kommt ein Tank da hin, ein Tank da hin. Die beiden Tanks sind verbunden. Also passen insgesamt 20.000, 1400er Lava da rein. Und der eine geht dann halt zum Abkühlen. Der andere geht dann zum Erhitzen. Wo ist der zweite Tank? Da oben. So. Also. Es geht von hier ab. Da kommt eine Pumpe hin. Dann komme ich... Die dürfen sich da nicht berühren. Da ist die unsichtbare Grenze. Da dürfen keine Rohre hin. Das heißt, das Ganze erweitert sich ein bisschen in die Richtung nach da. So sagen wir mal 5. Weil 5 eine schöne Zahl ist. So. Oh, es geht nicht. Was? Ach so. Die Stromkabel sind nicht mittig bei den Substations. Das wird mich ein wenig verwirren in der Zukunft. Aber okay. Werde ich mit Umzugleiten lernen müssen. Dann kommen jetzt hier die... Liquid-Dinger. Dann kommt hier der Abfluss. Und dann kommt es hier wieder raus. Zu einem neuen Tank. Braucht mehr Tanks. Braucht mehr Stahl. Bin ich hier im Robote-Einzugsbereich? Ja. Bin fast überall inzwischen im Robote-Einzugsbereich. Sehr schön. Auch wenn das ebenfalls sehr chaotisch aussieht. Sieht aus wie ein betrunkenes Spinnennetz. Die Spinne würde sich schämen, wenn sie sowas machen würde. Aber gut. Äh. Da. So. Ja. Das... Das geht nicht. Hm. Problem über Probleme. Jetzt sind die Substations im Weg. Ne. Ich kann den Tank einfach... Hier so hinpappen. Dann kommt es da raus. Hat da wieder den. Hat da wieder den Verteiler. Die bleiben dann wenigstens einheitlich auf einer Reihe. Da sind die Lava-Händler. Da ist der Abfluss. Und... Da ist wieder der Ausgang. Da kommt der nächste Tank. Ja. Ja. Also beim Abkühlen ginge das so. Beim Erhitzen haben wir halt das Problem, dass die Kisten noch alle befüttert werden. Äh, Quatsch. Die Liquid Hände alle befüttert werden müssen. Das sollte ich vorher planen, bevor ich jetzt hier schon völlig abgehe. Also sagen wir mal, hier ist die Erhitzreihe. Wir bräuchten also hier die Dinger. Und die müssten jeweils Zeug bekommen. Und die haben keinen Logistik-Port, ne? Ne, ich glaube nicht. Also von 1400 nach 1600. Warum steht da bei Total Raw... Äh, Carbon? Können wir aus Carbon Kohle herstellen? Ha. Also ja, normalerweise stellt man aus Kohle Carbon her. Total Raw 3400 Grad heiße Lava. Also das Wasser verstehe ich. Das Wasser steht da, weil man aus Wasser Stein gewinnt. Ah, sehr kurios. Na gut, erstmal nehme ich das da. So, du brauchst jetzt Stein und Kohle. Das heißt, du bräuchtest hier irgendwo ne... Äh, ja. Du bräuchtest hier theoretisch in der Mitte ne Kiste. Keine große. Kleine. Da ne Kiste. Dann könnten wir hier noch ein Liquid Händler. Das wird viel zu wenig sein. Da ein Liquid Händler. Dann wieder drei Felder Platz. Und da wieder ein. Ne. Lange Ärmchen? Ne, haben wir auch keinen Platz für. Das ist ein Problem. Und zwar ein Platzproblem. Und es wird doof aussehen, dass das eine wesentlich breiter ist als das andere. Aber das ist jetzt... Ja. Oh, ich könnte so... Nein. Nein. Und das bis 3600 hoch. Könnt ihr euch das vorstellen? Ah, das ist doof. Ich könnte das... Ja. Ich mache nochmal so eine Anlage. Setze sie weiter nach links. Das heißt, die kompletten zwei Felder hier... Es braucht noch viel mehr Platz. Nein, okay. Ich hätte mir überlegt gehabt, dass ich hier nicht hier... Das komplett so mache. Und dann halt alles nach oben hin, das Abkühlung. Und dann brauche ich nochmal so einen Turm, so sagen. Hierhin, der nur für Erhitzung ist. Aber der Turm wird dann richtig breit. Und dann haben wir die Hälfte der Basis komplett verbaut. Nur mit Lava, Erhitzung und Abkühlung. Sieht zwar dann schön aus. Mit so einem kleinen Turm und einem großen Turm. Beziehungsweise mit breiten Turm. Aber ne. Ne, 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 ne. Da muss ich mir was besseres einfallen lassen. Oh, was. Wie haben wir es drüben gelöst? Vielleicht sollte ich mal bei den alten Sachen gucken. Vielleicht kann ich mir da irgendwelche Anregungen holen. Da. Da waren zwar noch Fließbänder, aber das heißt ja nur, dass ich es eigentlich noch kompakter hinbekommen müsste. Weil da, wo die Ärmchen das vom Fließband holen, können sie es auch von der Kiste holen. Ja, außen. Also Kiste, ein frei, zwei Stück. Ein frei, Kiste, frei, zwei Stück. Das wären dann zwei, vier, sechs, sieben, acht, zehn, elf Felder. Für vier Flüssigkeitsdinger. Gucken wir mal, wie das da aussehen würde. Jetzt sind schon mal die Tanks weg. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Da darf ich keine hinsetzen, sonst fließt das da jetzt gleich alles rein. Also ja, das ginge fast. Das heißt, keine große Kiste. Das heißt, wir machen... Oh, ich kann früher anfangen, das war hier schon. Ja. Dann kommt da das Ärmchen. Da kommt der erste Liquid-Dingens. Da kommt der nächste Liquid-Händler. Da kommt ein Ärmchen so. Da kommt ein Ärmchen so. Kiste, Kiste. Ärmchen. Was? Kiste. Richtig? Liquid-Liquid. Liquid-Liquid. Weg, weg, weg. Ach so, Kiste. Kiste. So. Ja, bis dann irgendwann das Problem kommt, dass die Kiste auf das Feld der Substation fällt. Das muss ich dann gucken, wie ich das Ganze am Ende löse. Aber es haut einigermaßen hin. Ja. Dann kommt hier wieder das. Da kommt wieder die. Und da kommt wieder eine Kiste hin. Ich brauche übrigens mehr Requester-Chests. Nicht large. Da. Bau 25 verdammte Requester-Chests, damit ich ihn nicht überneubauen muss. Dann komme ich hier wieder. Eins, zwei. Eins, zwei. Kisten überall hin. Rohr wieder überall hin. Ja. Das geht. Also es ist halt schade, dass es nicht ganz symmetrisch ist. Ähm. Aber damit kann ich leben. Denn die Tanks sind wenigstens auf derselben Höhe. Der Startpunkt ist auf derselben Höhe. Das ist okay. Ja. Das heißt, hier kommen 1400er rein. Die 1200er rein. Ja, ich muss jetzt vorsichtig sein. Ich hatte kurz überlegt, ob ich die 1200er Tanks jetzt schon mal dahin umleite. Weil das da wird später 1200er. Aber wenn ich das jetzt da in den Tank reintue, dann fließt das hier überall durch und macht alles kaputt. Das heißt, ich muss hier schon mal die Fluid-Händler hin tun und sie schon mal von 1400er auf 1200er einstellen. Und ich brauche mehr davon. So. Dann muss ich hier 1400er reinbekommen. Bevor ich irgendwas anderes mache. Und die müssten sich eigentlich füllen mit 1400er. Das heißt, ich fange einfach mal hier hinten an. Setz dich da hin. Dann brauche ich normale Rohre. Richte die mal kurz ab. Brauche schon wieder normale Rohre. Ich brauche mehr Logistik-Slots bei mir drin. Gib mir bitte durchgehend immer, immer wieder ganz normale Pipes. So. Dahin. Oh, warte mal. Ist das schon die richtige Höhe? Zuck. Ja. 1400er. Gut. Die sind jetzt alle gefüllt mit 1400er. Ja, komm. Gib mir das Zeug. 1400er, 1400er. Hier können sogar noch Pumpen rein. Ist alles gut. Das heißt, jetzt könnte ich da 1200er rein tun. Problem ist dann nur, dass die nächste obere Schicht verstopft werden würde. Also jetzt die da bauen. Die darf ich schon mal abreißen. So. Okay, stellen wir die schon mal ein. Du machst bitte. Aus 1400, 1200. Shift rechts, shift links, shift rechts. Shift rechts, shift links, shift links. So, das heißt, da oben müsste gleich 1200er Lava ankommen. Die brauchen übrigens alle Speed Module. Und das ist so ein umfangreiches Unternehmen, der ganze Umbau. Jetzt fällt mir gerade auf. Und ich müsste die ganze Zeit eigentlich dafür sorgen, dass wir mehr Ressourcen bekommen. Aber deswegen hatte ich ja bei Lava angefangen, damit wir möglichst schnell hinkommen zum Kupfer. Aber wir müssten jetzt schon beim Kupfer weitermachen. Und das war ja auch der Plan gewesen, bevor ich die Bestätigung von euch bekommen hatte. Also in den Folgen zwischen der Reaktion auf die Revolutionsfolge wollte ich halt das Eisen, ne? Mehr Zentrifugen für hinbauen und das andere. Aber das ist alles untergegangen. Das sollte ich jetzt machen. Du bist schon vorbereitet für den Gero in der Zukunft? Nein, bist du nicht. Wo kriegen wir das Wasser her? Von da hinten. Wasser dahin. Du runter. Na. Du hoch, du runter, du. Hoch, dich drehen. Da Wasser rein. Du legst bitte raus, raus. Ach so, halbe Ärmchen auch. So. Dann kommt da unten das Fließband nicht ein, weil du arbeitest gar nicht mehr mit Fließbändern. Du kriegst eine der zigtausend neuen davon. Shift rechts, shift links. Genau, ist alles auf dem Weg. Da wurde ganz schnell was zerstört und ist gleich wieder weg gewesen. Das war komisch. Weil ich der letzte Hund. So, die sind alle auf dem Weg. Wir brauchen jetzt die Schlacke, den Schlackeabtransport. Da brauchen wir was für Rohre? MK3 mindestens. Rochen. Bis jetzt. kings